Wir sind jetzt seit 2016 aktiv, also sind jetzt fünf Jahre ungefähr dabei, also noch relativ jung. Wir sind ein Mittelstufenorchester. Wir haben in den letzten Monaten online geprobt und sind jetzt froh, dass wir wieder starten können. Mit diesem Video möchten wir gerne auch andere Musizierende im Landkreis Zelle motivieren, zu uns zu kommen. Wir möchten natürlich auch auf uns aufmerksam machen. Du spielst ein Blechglasinstrument oder ein Holzglasinstrument oder auch Schlagzeug? Dann bist du bei uns genau richtig. Wir suchen eigentlich alle Instrumente, speziell aber Schlagzeug und Tiefbreche. Unsere Konzerte finden an den schönsten Orten Zelle statt. Zum Beispiel im Schloss und in der Stadtkirche. Unser Schwerpunkt liegt auf der symphonischen Blasmusik, aber natürlich bedienen wir auch alle weiteren Genres wie Musical und Film. Unter anderem haben wir Bohemian Rhapsody von Queen aufgeführt. Momentan sind wir 30 aktiv Musizierende. Eigentlich sind wir schon ganz gut besetzt, aber wenn es zu um die 40 werden könnten, wäre ich natürlich total froh. Wir proben jetzt ab September für unser Projekt, das wir initiieren Zelle live. Es geht weiter. Wir freuen uns auf einen tollen Neuanfang, weitere spannende Projekte und viele neue Mitglieder. Liebe Musikerinnen und Musiker im Landkreis Zelle, meldet euch. Wir hoffen, dass unser Orchester vielleicht für euch ein neues Zuhause sein kann. Wir sind das Symphonische Blasorchester Zelle und freuen uns auf euch. Applaus Applaus Gestalt bit Hasen .: Hin Vielen Dank.